Wenn du wissen willst, warum eine staatliche Jobgarantie aus sozialen und ökonomischen Gründen eine gute Idee ist, dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik. Genau aus diesem Grund sprechen wir dieses Mal wieder über die Idee einer staatlichen Jobgarantie. In einem vorherigen Video habe ich schon mal erklärt, warum wir die Jobgarantie brauchen, um das Recht auf Arbeit zu verwirklichen. In diesem Video soll es nochmal explizit um die Vorteile einer solchen Jobgarantie gehen. Nochmal ganz kurz zur Grundidee. Der Staat macht ein bedingungsloses Jobangebot an jeden, der in seiner Kommune einen gemeinnützigen Job ausführen will, der zu einem sozial verträglichen Mindestlohn vergütet wird. Der Bund finanziert, die Kommune organisiert. Die Jobs sollen gemeinnützig sein, das heißt keine Tätigkeiten, die der Privatsektor heute ausführt und sie sollen auch keine reguläre öffentliche Beschäftigung ersetzen. Außerdem soll bei Einführung einer Jobgarantie natürlich keine andere Sozialleistung gestrichen oder gekürzt werden. Im Gegenteil, wir müssen Hartz IV zum Beispiel überwinden. Hier jetzt also drei Gründe, warum die Jobgarantie eine gute Idee ist. Die Jobgarantie ist ein effektiver Hebel für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Verhandlungsmacht der Beschäftigten. Ja, wir brauchen bessere Arbeitsmarktgesetze und ja, wir brauchen einen höheren Mindestlohn. Aber kein Gesetz ist so gut und so effektiv wie eine öffentliche Alternative, die jedem zugänglich ist. Eben weil die Jobgarantie jedem zugänglich ist, muss niemand schlechtere Arbeitsbedingungen im Privatsektor akzeptieren. Das betrifft sowohl den Lohn, aber auch die sonstigen Arbeitsbedingungen. Die Jobgarantie zieht also eine Untergrenze an akzeptablen Arbeitsbedingungen in den Arbeitsmarkt ein. Das hilft vor allem denjenigen, die derzeit als letzte in der Schlange beim Arbeitsamt stehen. Da ist der Druck häufig so groß und die Verhandlungsmacht so klein, dass sie Arbeitsbedingungen akzeptieren, die eigentlich niemand akzeptieren sollte. Das ganze Argument ist natürlich für Länder mit einem großen informellen Sektor, wo also keine Regulierung herrscht und kein Arbeitsschutz, noch viel gewichtiger. Zweitens, die Jobgarantie stabilisiert die Konjunktur. Man spricht ökonomisch von einem sogenannten automatischen, antizyklischen Stabilisator. Nun, was heißt das? Das heißt vereinfacht, wenn die Wirtschaft federn lässt, also schlecht läuft, dann fallen die Leute aus dem Privatsektor in die Arbeitslosigkeit. Mit der Jobgarantie haben sie trotz schlechter Wirtschaftslage die Chance, einem sinnstiftenden Job nachzugehen. Dadurch fällt ihr Einkommen im schlimmsten Fall auf das Mindestlohnniveau und wird da stabilisiert. Studien zeigen, dass sich das Konsumverhalten der Menschen weniger ändert, wenn sie in Beschäftigung bleiben, statt in Arbeitslosigkeit zu fallen. Das gilt besonders in Ländern, in denen die finanzielle Kompensation von Arbeitslosigkeit, etwa an Arbeitslosengeld, nur zeitlich befristet gezahlt wird. Das ist zum Beispiel in vielen südeuropäischen Ländern der Fall. Weil der Staat in der wirtschaftlichen Flaute jetzt also mehr Leute in der Jobgarantie anstellen und bezahlen muss, steigen automatisch die Staatsausgaben. Das stabilisiert die wirtschaftliche Nachfrage und stützt die Konjunktur. Drittens, die Jobgarantie kombiniert zwei erstrebenswerte Ziele, Vollbeschäftigung und Preisstabilität. Die derzeitige Wirtschaftspolitik sieht einen Widerspruch zwischen den beiden Zielen. Wenn die Arbeitslosigkeit zu stark sinkt, dann steigt die Verhandlungsmacht der Beschäftigten, dann fordern sie höhere Löhne und das befeuert dann die Inflation. So die Denke. Deshalb ist die derzeitige Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet, einen gewissen Puffer an Arbeitslosigkeit nicht zu unterschreiten. Sie setzt also auf eine Reservearmee an Arbeitslosen, um die Lohnforderungen der Beschäftigten zu disziplinieren. Das Bittere, dadurch wird wirkliche Vollbeschäftigung verhindert. Wenn es sinnvolle Tätigkeiten gibt, die ausgeführt werden könnten und Menschen, die Arbeit suchen und bereit wären, diese Tätigkeiten auszuführen, dann verhindert die derzeitige Wirtschaftspolitik, dass beides zusammengeführt wird. Aus makroökonomischer Sicht ist Arbeitslosigkeit eine Verschwendung von wertvollen Ressourcen, die im Sinne des Gemeinwohls eingesetzt werden könnten. Nun, mit der Jobgarantie wird aus einem Pufferbestand an Arbeitslosen ein Pufferbestand aus Beschäftigten. Wenn die Wirtschaft überhitzt und Inflation droht, dann kann der Staat wirtschaftspolitisch auf die Bremse treten. Dann wechseln die Menschen aus dem Privatsektor, wo der Inflationsdruck entstanden ist, in die Jobgarantie, wo wegen der Bezahlung zu einem fixen Mindestlohn kein Preisdruck entstehen kann. Der Jobgarantielohn wirkt also als Anker für das Preisniveau. Dazu kommt noch ein zweiter Effekt. Firmen bevorzugen Menschen anzustellen, die vorher in Beschäftigung waren und nicht aus der Arbeitslosigkeit kommen. Dann gehen sie nämlich davon aus, dass Leistung demonstriert wurde, dass betriebliche Weiterbildung erfahren wurde, dass sie Teamfähigkeit gezeigt haben und so weiter und so fort. Genau das ist aber ja auch Teil eines Jobgarantie-Programms. Wenn die Wirtschaft also an Fahrt aufnimmt und der Privatsektor nach Leuten sucht, um zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, dann erleichtert die Jobgarantie den Übergang der Menschen in den Privatsektor. Dadurch können die Firmen ihre Produktionskapazitäten schneller ausweiten und hochfahren. Das hilft, eine Überhitzung der Wirtschaft und Inflationsdruck zu vermeiden. Um kurz zusammenzufassen, die Jobgarantie ist also ein Hebel für bessere Arbeitsbedingungen. Sie stabilisiert die Konjunktur und sie ermöglicht es, Vollbeschäftigung und Preisstabilität gleichzeitig zu verwirklichen. Zum Schluss schon Martin Luther King Jr. sagte damals, dass eine staatliche Jobgarantie wie keine zweite Maßnahme sozialen und ökonomischen Fortschritt für die damals in den USA benachteiligte afroamerikanische Gesellschaft brächte. Nicht umsonst hieß ein Marsch on Washington offiziell, Marsch on Washington for Jobs and Freedom. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Ich verlinke unterhalb nochmal einen weiterführenden Artikel zum Thema Jobgarantie. Wenn du Fragen hast, stell die gerne in den Kommentaren. Ansonsten bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017